Hallo und wenn ihr ein Kleppern hört, das ist unser Wasserfilter, der kleppert wie verrückt. Könnte sein, dass ihr ein paar Wünsche lang Kleppern habt. Ich auch. Es klappert der Strich. Nein, es klappern die Mühlen im rauschenden Bach. Nur Papiermühlen klappern. Wieso? Weil es das Klappergeräusche ist von der Papiermühle. Echt? Ja, andere Mühlen klappern nicht. Ja klar, Windmühlen können nicht klappern. Aber warum klappern keine Wassermühlen? Weil die diesen Teil nicht haben, wo das Brett klappert, wenn wir in der Papier herstellen. Ah, klärt ihr? Dann haben wir heute noch was gelernt. Wisst ihr was? Das war's. Ihr geht heute mit einem lehrreichen Video. Heute lernen wir was. Heute wünschen wir uns nichts. Heute lernen wir was. Fertig. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Doch, man hört dich wahrscheinlich immer relativ gut. Aber gut. Ja. Ja, gut. Ich wünsche mir immer gutes Wasser. Weil, solange wir gutes Wasser haben, Wasser bedeutet Leben. Wir bestehen aus fast 95% Wasser. Wenn nicht sogar aus 99%. Und wenn wir kein Wasser haben, können wir weder die Felder pflanzen und bewässern, noch können Tiere was trinken. Und ohne Wasser gibt es kein Leben. Also wünsche ich mir immer gutes und viel Wasser. Einfacher Wunsch. Und doch so schwer. Wie wir inzwischen wissen. Nicht wahr? Nestle? Na, na. Gut. Das war alles was ich zu diesem Video sagen wollte. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü